Also, ich bin jetzt bei Jagaloo und wie ihr wisst, haben die halt freaky Ideen, so was Spiele angeht und jetzt machen wir ein Spiel von A bis Z heißt es, da sage ich ein paar Worte einfach zu jedem Buchstaben. A, das ist der erste Buchstabe, steht für Ardian, die Nummer 1. B ist für Belgien, war ich noch nie in meinem Leben, aber ich weiß, dass sie Französisch sprechen. C ist für Clown, Pausenclown, weil ich, wo ich klein war, glaube ich, ich war halt so ein Klassenclown. Ich habe halt immer Scheiße gebaut, weil ich dachte, dass ich so die Frauen dort ein bisschen rumkriegen kann, aber es hat nie funktioniert. D steht für das Ding, keine Ahnung warum. E steht für E-Gitarre. Mein Vater spielt E-Gitarre, ganz gut und hat mich früher mal genervt damit.